Ein festliches Ereignis erwartet sie. Ein Wiedersehen mit einem der größten deutschen Filmerfolge. Schwarzwaldmädel. Nach Motiven der gleichnamigen weltberühmten Operette. Aber was wolle denn sie sein mit ihrem Toberta? Natürlich ein Maharadscha mit ganz großem Haaren. Genau. Wie du den Jüngling am Bandel hast, der will ja für dich jede Dummheit begehen. Außerdem bin ich viel zu jung zum Heiraten. Ach, viel zu jung. Mit den weißen Haaren, mit dem Hexenschutz. Es ist nur äußerlich. Innerlich bin ich ein ganzer Wüster, Casanova. Ein ganzer Wüster. Es geht um einen wertvollen Schmuck, der viele Menschen in höchst seltsame Situationen bringt. Abgereist vor 20 Minuten. Abgereist? Ach, wohin denn bitte? Eine wilde Jagd führt durch eine herrliche Landschaft. Nach dem Schwarzwald? Ach, jetzt verstehe ich. Das Schwarzwaldmädel von gestern? Wir sind auf der Walz. Vom Rhein nach der Pfalz. Und so. Mich haben sie wohl nicht erwartet. Nein. Was denn? Warst du dir so bereits verhaftet? Na ja, wegen Diebstahl. Es gibt Überraschungen am laufenden Bande. Schwarzwaldmädel. Ein heiteres Spiel um die Liebe mit Schauspielern, denen ihr Herz gehört. Sonja Ziehmann und Rudolf Prack. Lieben wir uns nun wirklich? Ja, wir lieben uns wirklich. Was hast du denn da? Ach, gut. Hopps. Ich verstehe euch schon. Ihr spitzt auf mein Geld. Aber das landet euch aus dem Kopf. Schrecklich. Jetzt verkauft ihr den Schmuck und spielt natürlich den großen Kavalier. Den großen Kavalier. Den großen Kavalier. Den großen Kavalier. Halt sie fest in den Armenkenschmick. Guck dir da. Regisseur Hans Deppel präsentiert ihnen einen turbulenten Wirbel mit Lydia Feicht und ihrem Eispalett. Alle Leute, die von Kampen kehren, werden die erfrieren. In diesem Lustspiel nach Maß geht es Schlag auf Schlag. Musik Aus dem schwarzen Kavalier, süßen, kleinen Schätzle. Schmeichel, Pätzle, die Wäschmessle, sei doch nicht so falsch. Mädel aus dem schwarzen Kavalier sind nicht leicht zu haben. Nur ein Schwabe hat die Gaben, spielt jetzt fernlich voll. Mal wieder, ach Mal wieder, ich bin wie eine Biene. Na, kann sie mir vorbeite mit uns unter dem Wies. Ein reigen weltberühmter Melodie. Schwarzwaldmädel, ein Wiedersehen, das Freude schämt. Eine Virulina-Produktion im Nora-Filmverleih.